nicht lachen alter jo mit o freunde hier sind's die frees hier sind die nur mit eigenem pinsel passt alter jo mit o freunde hier sind die freestyle kicker also fabi und andré und wir haben es gedacht weil wir jetzt ja 200 abonnenten haben müssen wir hier ein bisschen was raushauen also das kleine ist noch nämlich ein FIFA-Spiel ich gegen andré und ja der Verlierer der um muss halt eine Bestrafung machen müssen so das überlegen könnte man die Kommentare schreiben was du wolltest oder wir überlegen uns selber was und weiter hier und ja wir werden auf jeden Fall also jetzt mal Dortmund Bayern spielen natürlich war ich natürlich Dortmund Meister doppelter Meister Pokalsieger Dupic Gewinner ewiger zweiter Bayern München ja und dann wir werden noch auf youtube oder facebook so eine kleine Aktion starten weil wir nämlich ziemlich schnell die 300 Abonnenten wollen und das wollen wir nämlich so machen dass wir bei den 300 Abonnenten damit es auch ein Ansporn für euch ist bei Engelhorn mal anfragen ob wir also bei unserem Sponsor ob wir mal eine geile Auktion raushauen können irgendwas mit ja keine Ahnung was geiles verlosen und ich denke dass es hinhauen wird und dann und dann werden wir da was raushauen glaube ich und da kriegt sie noch eine informationen in facebook oder youtube also kannst du mal unseren facebook-kanal unseren facebook-account ein bisschen liken und so ein bisschen teilen und freunde weiter schreiben doch den Pecher da raus man ja und da ist auf jeden Fall für euch was drin freunde sind dann müssen sollte die ägypten bereiten kam ja und dann drehen was haben wir eigentlich in nächster Zeit noch vor auf unserem Kanal sagen nicht mal sagt doch nichts mehr ich werde jetzt erst mal zerstören das ist der Plan und dann werde ich erst mal was raushauen ist ok ist ok dann haben wir den Text vergessen haben wir den Text vergessen einfach den Text nur vergessen los geht 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 ah kagawa fehlt natürlich noch hier kagawa r 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 bei besitz auf geht also freunde los geht es drückt zwar wie dort mit die daumen auf der siegerseite stehen und ja genau wer wer sein xbox mehr nach irgend xbox account hat der kann nicht mal hätten und körper hat auch mal zusammen FIFA oder irgendwas anderes zocken Alter Schweinsteiger Haar überragend hat der Schaden so stark die Fresse ist ein Paul nix Boah oah Scheiße Prozent Morscht der ist da der will der ist wach man verkaufen es ist nix Boah auch sein Mann Scheiße Scheiße Hb 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 ja hat er sich hier verstanden scheiße stärker stark und dann so eine Rückgabe machen dort auch weiß es gibt mal es gibt es nicht nach scheiße wird aufgeht auch Mando Rechte muss eigentlich jemand ausgestiegen wenn er sich macht das ganze spiele ich mache es was so ein Volk das ist ein absolutes vorliegt und durch Vs nur durch Vs auch Bender 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 Alter, bitte. Santana. Alter, was macht der Barrios, Mann? Weisch, Gomez ohne Technik. Ja, schau, der Ägypte. Ja, der Ägypte, der Ägypte, wo ist der Ägypte? Ja, schau, passt. Oh, ho, 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 ho. Der Ägypte, der Ägypte, der Ägypte. Der passt in die Schnittstelle, alter. In die Schnittstelle, alter. In die Schnittstelle. Ich renke dir gleich was aus. Schau mal. Ich mach das ganze Spiel, ich hab neunzig Prozent beibesitz, Leute. In die Schnittstelle, alter, alter. Na, schau. Ja. Und eine Kreische von Bastian Schweinsteiger. Das ist ne Dog. Ja, tolle Chance. Ja, das ist so weiter. So. Ja, das ist ne Doggo. In die Schnittstelle. So, das? Das ist der Domic. Ich freu mich. So ein Spiegelrechen vorher, alter. Ach man! Was? er weiter nur gewesen zu tun ist leider bestellig berechnen wie lange im Krankenhaus liegt wenn ich zerstört habe nur durch einhause Prozent der Börse als ich kann ein visage nur sehen deutsche 8 Minuten Schiet die Pause ist vorbei, es ist alles in Ordnung es fehlt sich der 5, die zweite Halbzeit ab uja was ist das? was ist das? was war das? wie krank war das denn? was ist das? wie krank war das denn? du hast einen Pass das geht nicht kranker Paar ich komme es v-v-alte ich bin jetzt gegen 10 alle eine der so starke Barrios schade das nicht verkauft haben gell ufff 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 uff 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 nicht nur ich mal eine fresse weiß was ist das alter rot stopp 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 was weiß ein sinnloser anruf ja mann wo ich bitte hin euch du bist schon nervös du zitterschlimm wie das Atemwahl in die Ruhe in Person Schau. Niemals. Oh, Mann! Ich zeigte mehreren... Oh! 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 Den Nagel da in den Winkel! Den Nagel da in den Winkel! Das ist eigentlich so ein Bayern-Bonus, Alter. Oh! Oh! Shit! Bumm! 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 Alter, was das für eine Dramatik, ey! Ein herrlicher Treffer! Das war der Ausgleich! Und das wird jetzt hier eine... Sehr fix, Alter. Alter, Pena, der ist jetzt nervös. Ich spiele mit der Hacke, der wieder wieder weg kann. Hahahaha! Hahahaha! Alter, Pena, du zittest immer noch! Soll ich den Handtuch holen, du schwitze schon so richtig! Ja, schön, dass ihr da hingeht! Ja, komm, es geht ab! Ja, komm, es geht ab! so unlogisch so unlogisch jetzt gibt es das Spiel gedreht wie ein Streichhölzchen einfach mal umgedreht schau was ist das alter der ist mit der feinen Klinge reicht der Lahm der wird so überbewertet ich kann es nur immer wieder sehen wieso geht da keiner hin wieso schießt ihr raus aus der Riste ich bin behindert stark stark aufgelde weil ich stelle rechts neben die rechte konnte alles ist Zeit oder Pecher nur klein klein spielen das haben wir gern Hexer Hexer bei Sicherheit nur er da haben wir Zeit wie sie gar keine Ahnung da ist er ja da ist er ja Scheiße im Zweikampf den Ball geholt und nun attacke er sucht der Zweikampf wer attackiert gibt es nicht ja mann drehen also ich mache ein paar coole Tricks die einfach nur over mighty sind und jetzt erkläre ich dann drehen was wir nächste Zeit noch für unseren Kanal geplant haben erstmal Dortmund ist scheiße und ich habe das Spiel überragend gedreht von einem 2 zu 0 auf ein 3 zu 2 das beweist ja wieder die Klasse von Bayern und von mir selber natürlich und ja nächste Zeit werden einige Videos von uns kommen zum Beispiel Schuhtests oder vielleicht sogar einen Spielball und die werden vielleicht auch ein paar Challenges gegeneinander machen so Elfmeterschießen oder so und dann wird es dementsprechend auch lustige Bestrafungen geben und ja vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben ob wir noch ein paar Knuckleball Tutorials machen sollen oder was ihr einfach wollt und ja ähm wer Bock hat noch einfach irgendeine Freistoß Duell Aktion zu machen oder wer im Raum auch so gewohnt da können wir auch gerne mal zusammen bolzen gehen also da sind wir immer offen wie gesagt und ja bleibt einfach dran ähm wenn 300 Abonnenten kommen gibt es auf jeden Fall eine Verlosung sagt zu euren Freunden dass unser Kanal cool ist einfach weiter empfehlen super Sache ist von euch ja also dann wir packen es Leute bis zum nächsten Mal Eure Freestyle Kickers